Hallo Leute, hi! Wir sind die Austauschschülerin, Fransi und Ashlyn. Wir beiden sind nun hier gerade in unseren Zimmern. Es ist total dunkel, eigentlich sind wir schon pennen, aber wir machen es nicht. Und ja, wir wollten euch nur kurz mitteilen, dass ihr mehrere Fotos, Videos mit uns sehen werdet. Ja, und wahrscheinlich werden wir auch noch ein Fotoschüttchen mitmachen. Ja, und wir müssen irgendwie voll leise sein, weil sonst kriegen wir Anschluss von dem, den das was gehört. Demonstrate high. Und ja, also, wir sind jetzt erstmal total aufgeregt. Wie werden die Leute hier so sein? Werden sie uns akzeptieren? Oder sind sie Tyranne? Übertreibt man es. Ja, und jetzt haben wir uns gerade hingesetzt, wie ihr gemerkt habt. Und ja, ich habe mich schon umgezogen in einen lässigen Schlaflook. Und ich habe mich in ein schönes Kleid gepackt, sag ich jetzt mal. Ja, und meine Schwestern sind auch hier. Francie, äh, Francie sag ich schon, Frankie und Faith. Und bald kommen ja noch unsere andere Schwestern. Ja, meine Schwester Spectra ist hier. Und naja, wir hoffen halt, dass wir noch schöne Videos mit euch machen werden. Ja, und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal chillen zusammen. Und ja, und wir werden Terri Lai meiden. Ja, und wir hoffen, ihr guckt unsere Videos, unser Video Tagebuch. Und ja, also, ähm, wir hoffen natürlich, dass euch unsere Videos gefallen werden. Und dass ihr diesen Kanal abonniert. Und ja, also, bis dann, irgendwann mal wieder. Eure Francie und Ashlyn. Bye! Bye!